Hey Leute, nachdem wir in der letzten Episode einfach mal 100 Minuten gebraucht haben, um so einen Scheiß-Pisser-Troll tot zu bekommen, weil er einfach Half-Racken hat von Millionen, sind wir jetzt wieder hier und... Gut, Cicero hat also diese Hure-Ausbildung angegriffen. Aber was soll ein Narr tun, wenn seine Mutter verleumdet und verspottet wird? Der Zuhörer wird es sicher nicht verstehen! Okay, ähm, nachdem wir jetzt gemerkt haben, dass der völlig gaga ist, würde ich mal schauen, dass ich hier diese Scheiße öffne. Natürlich ohne Falle. Wie soll's anders sein? Geht's hier? Kommen wir von da drin? Ich hoffe ja mal nett, sonst würden wir falsch laufen. Das wäre schlecht. Sieht kacke aus. Hä? Das check ich jetzt nicht. Mal hier alles aufnehmen, was wir brauchen. Wir brauchen nicht wirklich viel davon. Darum. Ah! Okay, okay. Weiter geht's. Wollen wir speichern? Haben wir schon gespeichert? Ich glaube nicht! Jetzt schon. Okay, da vorne scheint dann Cicero gleich zu kommen. Der wird mich einfach sowas von abfacken. Okay, ich sehe nichts, was mich töten könnte. Noch nicht. Da stand er. Der ist irgendwo da hinten. Oh Gott. Muss das sein? Zack. One-Hit? Ehrlich? Oh, oh, da ist er ausgewichen. Das ist ein Arschloch. Zack, in den Rücken. Und nochmal. Oh, wieder ausgewichen. Das geht doch nicht. Kann er doch nicht machen. Zack, in die Schulter. Zack, jetzt ist er weg. Puh, das war ja mal was. Kann man diese komischen Gräber öffnen? Zieh zurück, ihm zu gedacht zu haben, der Zuhörer sei schon tot. Vielleicht könnten wir das einfach vergessen. Die Vergangenheit ruhen lassen. Was meint ihr? Äh, nö, ich denke eher nicht. Also, fresse. Ich kriege hier weiter, Geister. Ah, scheiße. Durch die Achseln durch. Aber irgendwie one-hit ich die gerade alle. Sind die etwa alle so billig oder was ist los? Da ist eine Megatruhe. Oh, nice. Nice Meister-Truhe. Da speichere ich ab. Mal abgesehen davon, habe ich eigentlich noch genug Pfeile? Ich glaube, ich sollte langsam wieder welche einkaufen. Da habe ich noch sieben, acht und zwei. Oh, oh. Das wird bitter. Das wird bitter. Mal abgesehen davon, dass hier eine scheiß Meister-Truhe ist und ich die niemals aufkriegen werde. Aber es gibt gut. Level ab. Und Schlossknacken 40. Oder so. Ah, okay. In der Richtung, denke ich, ist es nicht. Nee. Sah nicht so aus. Oh, oh. Wow. Das sieht doch gut aus da vorne. Yeah. Ist was drin? Und solange was drin ist, ist es schon in Ordnung, ne? Ja, wir können auch einiges tragen hier. Ist kein Thema. Ja, jetzt ist es aber halt eine doofe Sache mit meinen Penissen. Nichts, sondern... Okay, ich kann nur einmal am Tag benutzen. Scheiß, Dreck. Kack. 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 Oh, wow, 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 wow. Sieht er mich schon? Sieht so aus, ne? Ups. 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 Was? Folg mir. Ich werde dich von weitem abknallen. Oh nein, das macht nicht wirklich viel Damage. Das macht nicht viel Damage. Nein, das tut's nicht. Komm her, sterb dich, ja? Wenigstens getroffen, ey. Das ist der Anfang. Ja, jetzt muss ich wieder diese Laufscheiße machen. Oh Mann, der ist davon da nicht belastet. Ach, ich hab immer noch Todeszeichen drin. Ach, ich bin doch im Kack. Ja, das ist kacke, der macht Damage, der macht Damage. Und dann treffe ich nicht, weil er mich trifft. Das ist ein ewiger Kreislauf. Hab ich irgendwelche Waffen? Nehme ich halt Schwerd und so'n Scheiß. Äh, das sieht doch gut aus. Zusammen mit dem Scheißteil halt. Mit Seifus. Aber auch vorher noch. Ja, ich hab halt wenig Leben, das ist kacke. Und gib ihm. Ach, macht das wenig Damage, ey. Ah, crap. Ja, das ist halt kacke. Muss man auch machen. So viel zu... Ich spare mir meine Pfeile auf, ne? Ich muss ihm halt... voll ins Gesicht geben, wenn ich... äh, grad nicht entdeckt bin. Das ist nämlich das Ding. Wenn ich wüsste, wo der auftaucht... Ja, das hätte besser kommen müssen. Ah, das klappt so nicht. Nochmal. Zuerst ein bisschen... vielleicht locken und dann um die Ecke oder sowas. Und jetzt hier warten, weil anscheinend kommt er ja angerannt, ne? Und? Nicht getroffen. Spinnst du? Was für nicht getroffen? Du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch, Digga. Du spinnst doch. Konfetti mach ich aus dir. Oder so. Vielleicht auch nicht. Ach, komm schon. Ach. Das ist doch crap. Kann ich nicht einfach Zizero-Kills oder so? Du bist groß nicht. Wie Sarah, tut mir ein wenig leid. Du! Ach! Diese dumme Echse stand mir im Weg. Aber bitte sag mir, dass dieser Monströser-Schäfer-Unverblutet ist. Puss! Nein, das wird nicht klappen, das wird nicht klappen, das wird nicht klappen, das wird nicht klappen. Oh mein Gott, kotze mich jetzt an. Da war ich schon so weit, weißt du, und dann kommt so ein scheiß Geister her. Und meins, der müsste mich wieder killen. Ich krieg den Son nicht da. Ich krieg den Son nicht da. Und ich trage mir mal Gift auf und probier das. Passt auf! Jetzt kommt der Meister! Oder hoff ich zumindest. Wahrscheinlich weniger. Und zack. Theoretisch müsste er schon da sein. Da steht er. Willst du mich verarschen? Warum soll ich ihn nicht getroffen haben? Spinnst du jetzt? Was soll das jetzt? Das ist verbuggt, die Kacke, hä? Alter, was war denn das jetzt? Ich schieße auf voller Kraft und... Dieser... Dieser... Oh mein Gott! Ankurzreiz! Komm schon, komm schon, das muss gehen. So schwer ist die Kacke nicht. Die anderen habe ich gewonnen, und dann kommt so ein Schwuler daher und meint, der müsste mich ankurzen, weißt du? Das sind so Sachen, die ich nicht lustig finde. Okay. 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 Kommt der jetzt, weil der es gehört hat? Vielleicht... Bitte... Noch mehr Kotzreiz. Jetzt kommt er natürlich. Ja, hey. Yo. Was geht ab, Mann? Zack, in die Brust. Alles klar, Mann? Hey, mir geht's gut und dir? Zack. Nochmal, zack. Nochmal, zack. Ach. Okay, zuerst gehe ich nah ran, damit er mal langsam kommt, dann gehe ich zurück. Wo ist das Problem? Es gibt keins, ganz genau. Es gibt kein Problem. Hey, alles ist locker und wunderbar, und wir werden das jetzt voll easy hinbekommen. Ah. Komm schon, warum soll ich den bitte nicht treffen? Warum liegt da jetzt ein scheiß Pfeil? Und da auch. Jetzt gib ihm, gib ihm. Zack. Zack. Und zack. Und überhaupt. So schwule Scheiße. Nochmal? Nein, geht nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab ne andere Idee, wisst ihr was? Wir laden die Scheiße nochmal. Aber diesmal gehe ich anders vor. Es kotzt mich an. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Äh, äh, fah, fah, fah. 24 Stunden, klingt gut. Wir können ja diesen komischen Assassin-Beschwörungslegenden, Assassin-Mega-Zauber ja alle 24 Stunden nur benutzen. Jeden Tag und deshalb warte ich jetzt eben diese Stunden ab und werde dann natürlich diesen Typen rufen, der dann den anderen Typen voll auseinanderreißt. Das ist der Plan. Ob das klappt, ist ne andere Frage. Ich hoffe mal. Kann nix versprechen. Komm, machen wir den hier und den hier und dann speichern wir nochmal. Damit wir ein bisschen Zeit sparen. Ich verstehe schon. Achso, warte, wir müssen ihn erst rufen. Und können natürlich nur einhändig rufen. Natürlich. Zack, in die Hüfte. Greif mal an, Digga. Oh, Mann. Du kotzt mich an, du kotzt mich an, du kotzt mich an, du kotzt mich an. Bitte verreck. Bitte stirb. Bitte verreck und nicht stirb und alles überhaupt. Ich glaube, das ist nicht ein gewöhnlicher Wächter. Irgendwie hat er mega viel Leben. Kann das sein? Oder spielte ich mir das irgendwie ein oder so? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, meiner verreckt noch. Wäre schlecht. Schlecht für mich. Schlecht für ihn. Schlecht für alle. Überhaupt so'n Scheiß. Zack, in den... Okay, das sieht interessant aus, wo ich getroffen hab. Aber gescheit mir nicht. Ehrlich, jetzt. Vielen Dank, Bro. Äh, muss ich jetzt die Truhe neu öffnen? Hey. So muss es nicht wirklich sein, aber ist halt so, ne? Es kotzt mich immer noch an. Ich denke mal, da ist es nicht. Da könnte es theoretisch sein. Ach. Ach, Gott, ach, Gott. Das ist eine schlimme Episode und, ähm... Danach werde ich kacken gehen. Und das wird laufen. Also, Leute, ihr habt keine Ahnung. Boah. Boah. Hallo? Warum finde ich den Eingang nicht? Das kann doch nicht so schwer sein, jetzt. Leute. Ne, oder? Warte mal. Okay, okay. Ich dachte schon. Okay, ein bisschen links. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Das war auch noch zu weit. Bitter, bitter, sag ich. Das war zu wenig. Ist okay, ist okay. Ach, ich verstehe das vollkommen. Hey. Sage wohl. Geht's jetzt langsam. Ja, komm, ey, jo. Okay, weiter nach rechts. Hallo? Hallo? Noch, wenn doch. Ich zeige bloß noch weiter nach links. Das war dann wohl zu weit. Ich meine, ich scheiße auf meine Dietricher, aber wenn ich dann null hab, dann wär das auch nicht so geil. Oh Gott. Ich will ja nur die Inhalte dieser Scheißdrohe bieb, 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 bieb. Es ist doch nicht so schwer. Komm. Alter. Alter. Kurzreiz. Alter. Merkt ihr was, ha? Merkt ihr was? Wow. Danke. Ehrlich. Leerlingsrohbe, Silberalskette, bla, blub, fick dich, alter. Ich hab so einen Kotzreiz, ich hab... Oh, wow. Es fließt und... Ein Trost ist... Weh, Sarah, tut mir ein wenig leid. Diese dumme Echse stand mir im Weg. Aber bitte sag mir, dass dieser monströse Schäferhund verliebt. Geblutet ist. Äh, sorry, Geld dabei ist er nicht. Ich hab doch ein Level abbekommen, oder? Anscheinend nicht. Tja, kotzt mich an. Fakt ist, äh, Episode ist hier an der Stelle mal zu Ende. War nicht wirklich... geil. War nämlich ziemlich scheiße, aber hey, wir sehen uns am nächsten. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.